Mit einem Ergebnis von 8% weniger Verbrechen in Freiburg und Umgebung hat sich Südbadens Polizeipräsident Bernhard Rotzinger am Dienstag aus dem aktiven Dienst verabschiedet. Den jüngsten Erfolg erklärt er sich nicht nur über die Sicherheitspartnerschaft mit dem Land. Wir haben natürlich eine Personalverstärkung erhalten. Wir haben aber für dieses Ziel auch sehr intensiv gearbeitet. Wenn ich wir sage, dann meine ich die Kolleginnen und Kollegen auf der Straße, die über eine Vielzahl von Kontrollen durch sehr intensive Ermittlungen sich um die Intensivtäter gekümmert haben und durch die Sanktion der Intensivtäter ist der Rückgang dieser Kriminalität erreichbar gewesen. Jetzt bin ich nicht ganz unbedarft. Ich war schon mal vier Jahre im Großraum Freiburg bei der damaligen Polizeidirektion und habe im Vorfeld schon viele Gespräche mit Bernhard Rotzinger, meinem Vorgänger, geführt. Das heißt, ich habe schon ungefähr eine Orientierung, wo bisher die Schwerpunkte in Freiburg lagen. Und daraus werde ich jetzt versuchen, dann ein Programm zu entwickeln und eigene Akzente zu setzen. Ganz sicher wird aber die grenzüberschreitende Kriminalität eine Rolle spielen. Ganz sicher werden die Dinge eine Rolle spielen, die den Bürger besonders belasten. Also Wohnungseinbruchsdiebstähle, Gewaltkriminalität im öffentlichen Raum und viele andere Dinge mehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ARD Text im Auftrag von Funk